Guten Tag mit einigen Eindrücken beim Zirkus Alberti in Eschwan. Immer wieder ist es ein schöner Anblick, den Schwarzwälder auf der Wiese zu sehen. Seniorchef Harry Frank mit einer kalten Dusche für die Friesenpferde kurz vor dem Auftritt. Brandon Frank als Glau. Roman und Svetlana mit fantastischer Akrobatik in der Luft. Dasselbe Duo auch beim Bogenschießen. Der sprunggewaltige Hund Sam. Samantha Frank als Luftakrobatin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war heute wieder ein schöner Tag im Zirkus. Ich neigere mich. Ich reine dich. Ich reine dich. Ich reine dich. Wir sehen uns.